Wie habt ihr euch den Spender ausgesucht? Das fragen viele oder viele sagen auch, deshalb sitzen wir auch da und klären das auf, wie habt ihr den Vater ausgesucht? Für uns ist es kein Vater im Sinne von Vater-Vater, weil ein Vater ist ja da, tut dir was für deine Beziehung, also in der Beziehung zu seinem Kind und ist halt quasi da, für uns ist es der Spender. Nein, aber es kam auch immer wieder die Frage auf, du bist ja Mama oder Mami und wie nennt der kleine mich? Da zieh ich aus. Da zieh ich aus.